...klaute Medikamente. Jemand versteckt die in der Wohnung in Kabuki. Aber ich weiß nicht, was dich da sonst noch erwartet. Sei vorsichtig. Bringen Sie mir zurück und ein paar Ripper werden dir sehr dankbar sein. Mehr Infos sind anbei. ...klaute Medikamente. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.